Was treibst du da? Schmolzt du? Ja, natürlich. Wenn ein Mädchen traurig ist, dann schmolt es. Und wenn es fröhlich ist, hält man es für verrückt. Wie sollen wir dich auch verstehen? Alle freuen sich, außer dir. Ich wäre lieber länger. Ich wäre hier geblieben. Das ist alles. Er ist da hinten. Wir sind hierher gekommen, um unser Unglück zu verbergen. Doch wir gehören nicht hierher. Ihr wisst doch, was passieren wird. Maxim trifft diese Sträucher, angeblich seine Freunde. Anne und Clothiel werden jeden Abend ausgehen, um sich einen Mann zu angeln. Und ihr werdet euch nur wieder um eure Geschäfte kümmern. Belle, eines Tages werden sich unsere Wege doch trennen. Auch du wirst erwachsen und dann weggehen wollen. Das heißt ja nicht, dass wir uns nicht mehr lieb haben. Es bedeutet nur, dass du dann eine Frau bist. Und bloß nichts vergessen. Clothild wäre verzweifelt. Und was soll ich dir mitbringen? Ich möchte nur eine Rose. Es ist mir nicht gelungen, hier welche zu züchten. Holden. Vielen Dank.